BAMSHOP Nutzst du hier? Jetzt kleberst du die Wand ein. Random, zack, 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 zack. Immer schön dran hier. Und wenn der Kollege mit mir so... Ja, dann such dir mal zwei Handschuhe raus. Der Weile, bis dahin zieh. So richtig, ich fühl mich wie so ein Strähling. Scheiße. Ist egal, wenn's auf dem Boden ist. Nee, das ist nicht. Nicht abwischen. Oh Mann, alles auf dem Boden. Das ist schlecht. Dann musst du alles nochmal machen. Nächstes Praktikum beim Fußbodenleger. Oh! Wichtig ist, dass du nicht um dein Motel gehst. Ich bin so... Hier oben auch, ne? Ja, das ist ganz toll. Hier oben auch, ne? Das wird ja mal besser hier. Also ich will ja nichts sagen, aber Angelos Bereich sieht auf jeden Fall sauberer aus. Ich ess das ja auch nebenbei, ne? Ja, ich ess das ja auch nebenbei, ne? Das ist katastrophal. Nur bis zur Lampe erstmal schon, ne? Mhm. Über die Lampe geht's nach. Da hast du neue Technik angeeignet. Technik gibt's ja. Ist aber irgendwie voll satisfying. Weniger, wenn man's selber macht. Ja. Weil der Elektriker war noch nicht jeden. Das kommt gut voran. Komm gut voran. Ne, du zuerst. Wir sollten aufpassen. Wir sollten aufpassen, dass nichts auf dem Boden bringt. Challenge the night. Kliegen. Warum? Nein! Jetzt? Keine gute Idee. Habt ihr jetzt auch noch gefehlt? Aber ich auch. Es ist schon soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. Wir sind soweit. Bist du soweit? Ist das normal? Ist das so aussieht am Ende? Du hast mir die ganze Handschuhe bekommen. Ich hab dir nicht mal welche gegeben. Diese. In einer engen Hand. Aber dieses Leck ist größer. So, seid ihr fertig? Ne, wir müssen noch eine Wand machen. Wie das. Wichtig ist immer, dass hier oben dieser Bereich. Da kriegen wir zuerst. Ich wollte das Beste zum Schluss halt machen. Aber ich mach's dann jetzt. Cool, 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 cool. Ähm, ja. Ich bin fertig. Aber die Handschuhe sind voller Kleister. Und ich mach jetzt so, dass die dann so trocknen. Dann sind es die Denk-Handschuhe. Die kann man anziehen. Dann kann man den Kopf drauflegen. Und dann denken. Ach, jetzt kannst du ja patentieren lassen denn. Oh ja. Genau, die sind dann nur so. Das war eine tolle Idee. Aber lass, du musst dich jetzt mal nachhalten. Jetzt, ne? Tag halte ich jetzt so. Nein! Kleber kriegt man nur weg mit noch mehr Kleber, oder? Wie war das? Mit Wasser. Er hat sich dreckig gemacht. Da helfen nur die Hater-Tränen. Ich wollte gerade. Ja, aber die sind kalt, die Hater-Tränen. Ja. Das sind ja auch kaltherzige Menschen. So, gut. Dann machen wir Kaffeepause. Wir sehen uns nach der Werbung wieder. Und funktioniert? Wollt ihr helfen? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich, ähm, nur darf die Treppe nicht mal rutschen jetzt, ne? Du bist ja beweglichste von uns. Also, du müsstest... Gut. Das Alter. Gehen wir unten ran. Und dann schön freiglich. Und oben gleich. Deswegen kleben wir jetzt voll fertig. Genau. Und oben müssen wir es wegschneiden. Das sieht immer mehr aus wie ein Pool, Leute. Genau. Schön glatt schreien überall. Wir bauen ein Pool drum noch so weit. Ja, dann geh bitte so 80 Leute hier. Wir haben es ja gestern noch reingesprüht mit Desinfektionsmittel. Was alle organischen Stoffe wechselt. Und das ist nochmal ein Antibakterielles Fließ. Ne? Wow. Wir werden gesund in unserem Pool. Denn es ist Antibakteriell. Es muss enger. Enger? Ja. Du musst es enger wollen. Wir wollen sie machen. Ja. Wenn du immer, ob das so rum ausgehört. Hä? Ja. Ja. Ein runder Kuller. Leute, wenn wir das haben, schreibt es in die Kommentare. Brauchst du irgendwas? Aua. Ja, ne. Einer umarmen auch nicht. 14,4. Exakt. 14,4. Ja, genau. 64,5. Da kommt nachher nochmal eine Schutzfolie drüber. Mit System. Das ist der Top-Set-Wick-Wick. Das sind die Düsen. Perfekt. 80% sicher ist Platz. Na dann, hau ran. Eieieiei, also Messen müssen wir noch üben heute. Scheiße. Warte, warte, warte. 14,4. Ich dachte 56, aber wahrscheinlich 65. 64,5. Ansonsten... ...weiter Top. So, dann machen wir nochmal. So. In der nächsten Folge. Ja, wir bahnt sich. Ne, da brauchst du nicht, Julian. Nur an den Seitenstuben. Warum nicht oben? Da kommt nachher Folie rauf. Die blaue Folie hier, die kleben wir nachher mit Kontaktkleber rauf. Okay. Dann habe ich mehr Fläche zum Schweißen. Aber dann ist die Fläche nicht antibakteriell. Die ist auch trotzdem antibakteriell, weil sie komplett eingesaut wurde. Genau. Das wollte ich auch. Das ist auch. 65. 15,6. Ja, mach 15. Alles gut. 50. Was ist so, oder welche? Was denn? Schellen. Im Auto. Im Auto. Alter, echt jetzt? Echt? Was? Das ist komisch. 64,5. Mal 14,5. 64. Zwei mal die Fähre. Ja. Darf er das? Klar. So, hier ist ja ein Skimmer. Ja. Und den schneide ich jetzt aus, bevor wir die Folie dran kleben. Auf Dummheit und keinen Skimmer haben. Tada. Ah, da ist er. Da, das Skimmer ist da. Fertig. Sollen wir das durchziehen so? Auch wenn du auf Chance gehst, sagst du es nur noch so verkabelt werden. Was sagen Sie, Leih? Das sieht so scheiße aus. Aber ich glaube, das ist mein Gesicht. Das hat scheiße aus. Ja. Ja. Willkommen zu der neuen Challenge. Die Ultra-Challenge. Hier riecht es nach gefährlichen Chemikalien. Was riecht hier so? Das ist der Kleber. Ah, der Polymer-Kleber. Dann ist ja gut. Das muss ja nicht perfekt sein, oder? Natürlich. Kann ja auch noch mal ein bisschen schief sein. Nicht nachlassen in der Konzentration. Die ist schon längst weg. Und dann besorg doch mal bitte Wasser mit einem Lappen. Alles gut. Alles gut. So gehen. So. Und der Karate-T-Shirt. Ja. Sieht schon cool aus, oder Leute? Ja. Komm doch vorbei. Ja. Und was mit der Musik geht? Also singst du jetzt, oder der macht weiter? Dann würde ich live weiter singen lassen. Super. Was ist der nächste Step? Folie. Folie. PVC. PVC. Poly-Vinyl-Chlorid. Im Prinzip hast du es ja gerade gelernt. Du kannst es ja alleine machen. Do it yourself as well. Wollt ihr es sehen? Nee, ne? Doch. Nee. Das heißt, im nächsten Video werdet ihr sehen, wie wir diese Folie hier dran machen. Und dann wird der Pool zu einem richtigen Pool. Das sage ich jetzt bei fast jedem Video gerade. Du wiederholst dich. Aber wie geil es schon aussieht, Leute. Guck mal. Treppe steht. Der Teppisch hängt an der Wand. Und...